Alhambra Kino, sind ja guten Tag. Ja, guten Tag, du Sonner Knarling. Bin ich da im Kino? Ja. Im Morgen bei Ihnen läuft doch gerade der Jurassic Park. Ja. Ach Gott, gute Frau, sie sind meine allerletzte Rettung. Ja. Ich hab ja gestern auch und bei der Vorstellung bei Ihnen, ne. Ja. Hab ich erst mal Brick verloren. Oh. Ja, das war Professorium. Und bei der einen Szene ist mir das Ding gerade so rausgefallen. Wann Sie im Großen Haus? Ich hab doch schon in dem Gewill gesucht, wo die Leute rausgelaufen sind. Sowas tritt sich ja nicht fest, ne. Wann Sie im Großen Haus? Ja, im ganz Großen Haus war ich. Moment, ich frag mal nach. Ja, also das war eine Brick mit fünf Zähnen. Hallo? Ja. Also bis jetzt haben wir nichts gefunden. Ach Gott, gute Frau, ich kann ja so nicht unter die Leute gehen. Das ist ein Professorium. Ich hab heute Abend einen Auftritt. Auf der Kerbe. Wir sind doch im Gesangsverein. Ach Gott, ja. Ach Gott, könnten Sie das noch mal nachgucken, ob Sie die Brick finden? Das ist der 31. und der 32. Zahlreihe. Ja, ja. Gucken Sie mal, ob Sie das Ding nicht finden. Gucken Sie mal. Gucken Sie nachher nochmal an. So nach fünf. Ich frag dann nochmal nach. Ja, bitte? Ach gut. Wissen Sie, das war bei der eine Szene, wo sich die Kälte die Kippe abreißen. Ja, ja, ja. Ach gut, ich kann ja so nicht unter die Leute. Wenn Sie das Ding finden sollten, dann tun Sie das Ding gleich in heißes Wasser einlegen, weil ich hab Popcorn gestern gestern Abend. Ja. Und da haben Sie so einen Belag auf der Zeit drauf. Das hab ich schon überhaupt nicht haben können. Das kann ja deswegen sein, dass mir das deswegen rausgefallen ist. Und das ist ein heißes Wasser. Dann lässt sich der ganze Belag und der Mais, lässt sich von den Zähnen heißen Wasser. Ja, ja, ja. Ich lass mal das Ding dann... Nein, nochmal anrufen. Ich frag nochmal nach, ne? Sind Sie froh, dass Sie kein Gebet haben? Ja, bin ich ja. Ja, alle dann wieder her. Okay, tschüss. Na in der Nähe. Ich weiß, ob Sie nicht zu, du wirst plano hier wegkommen? Wir treuen können nicht nur, aber dann sind die Drehkdematerien wissen. Wenn dir das Ding mentors.